11. Juni 1955, nachmittags. 2.000 bis 3.000 Zuschauer sind zum berühmtesten Autolangstreckenrennen der Welt gepilgert, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wie jedes Jahr beschäftigen sich die Medien ausführlich mit diesem Ereignis. Hunderte von französischen und ausländischen Journalisten sind vor Ort und unzählige Kameraleute haben entlang der Strecke Position bezogen. Das Rennen wird in schwarz-weiß und in Farbe gefilmt und aufgezeichnet, fürs Fernsehen und fürs Kino. Für die 23. Ausgabe dieses Rennens gehen die weltweit leistungsstärksten Sportwagen an den Start. Die Fahrer sind schnell. Schneller als je zuvor. Doch plötzlich geht in der 147. Minute ein Mercedes in Flammen auf. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Über 80 Tote und mehr als 140 Verletzte. Es ist der verhängnisvollste Unfall in der Geschichte des Motorsports. Was ist passiert? Weshalb die vielen Opfer? Und warum haben die Veranstalter das Rennen nicht abgebrochen? Spulen wir ein paar Tage zurück. Dienstag, 7. Juni 1955. Der Flughafen von Le Mans zur Mittagszeit. Diese Aufnahmen sind nicht für das Fernsehen oder das Kino bestimmt. Sie stammen von Bernard Schotard, einem leidenschaftlichen Amateurfilmer, der nicht weit von der Rennstrecke wohnt. Ein Freund hatte ihn verständigt und so kam er gerade rechtzeitig, um dieses Schauspiel mit seiner kleinen Kamera ganz unauffällig festzuhalten. Zum ersten Mal sind die Sportwagen per Flugzeug nach Le Mans gereist. Hier die neuen Jaguar-Modelle, die Avantgarde des Motorsports. Ihre Stärken, eine revolutionäre Aerodynamik und ihre unglaubliche Leistungsfähigkeit. In vier Tagen werden drei dieser Modelle ins Rennen gehen. Das vierte steht als Ersatz bereit. Mit diesen Boliden hofft der englische Hersteller, seinen Erfolg von vor zwei Jahren zu wiederholen und die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Am nächsten Tag, Mittwoch, dem 8. Juni, können die Zuschauer bei den Vorbereitungen für das Rennen zusehen, mitten im Stadtzentrum. Hinter dieser Toreinfahrt überprüfen Experten die gemeldeten Fahrzeuge. Für die Fans der beste Moment, um die Rennmaschinen und ihre Piloten von Nahem zu sehen und zu filmen. Das hier ist der berühmte englische Champion Sterling Moss. Und das hier ist der Amerikaner John Fitch. Auch das Fernsehen dreht, aber im Gegensatz zu den Amateurfilmern in schwarz-weiß. Hier tauchen die vier Jaguare wieder auf. Sie fahren auf die Toreinfahrt zu. Und das ist ihr stärkster Rivale, Mercedes. Die Rennwagen sind per LKW aus Stuttgart angereist. Auch die Piloten müssen an diesem Tag zur Identitätskontrolle. Der Mann dort mit dem Filzhut, das ist Alfred Neubauer, seit fast 30 Jahren Rennleiter des Mercedes-Teams. An seiner Seite Pierre Levesque, ein französischer Pilot, der für den deutschen Rennstall fährt. Zum ersten Mal war Alfred Neubauer auf dieses Talent aufmerksam geworden, als er Levesque vor drei Jahren im Juni 1952 beim Rennen von Le Mans sah. Damals war Mercedes nach langer Abwesenheit erstmals wieder auf der Rennstrecke vertreten und konnte gleich einen Sieg feiern. Aber den größten Eindruck in jenem Jahr hinterließ der französische Fahrer Pierre Levesque. Er sitzt am Steuer des Talbot-Lago T26GS. Nach 22 Stunden allein im Cockpit fährt er einem historischen Erfolg entgegen. Da passiert es. Eine Panne. Unter dem Beifall der Menge erreicht er zu Fuß die Boxen. Der 46-jährige Pierre Levesque hat einen triumphalen Sieg knapp verpasst. Erschöpft fällt er in die Arme seiner Ehefrau. Drei Jahre später, am 8. Juni 1955, ist der Franzose für das Mercedes-Team gemeldet. Mit ihm steigen Neubauers Hoffnungen, Mercedes wieder ganz oben auf dem Treppchen zu sehen. Und ein französischer Pilot in einem deutschen Rennstall ist, zehn Jahre nach Kriegsende, ein diplomatisch geschickter Schachzug. Haben Sie Levesques Aufzug bemerkt? Anzug, Krawatte? Und nicht nur er hat sich in Schale geschmissen. Alle sehen aus wie aus dem Ei gepellt. An diesem Tag werden die Piloten offiziell vorgestellt. Und deshalb haben alle etwas mehr Wert auf die Garderobe gelegt als sonst. Hier haben wir den berühmtesten Rennfahrer und amtierenden Weltmeister, Juan Manuel Fangio. Auch der Argentinier startet für Mercedes. Dort in dem Jaguar, das ist der Engländer Mike Hawthorne, den das Mercedes-Team am meisten fürchtet. Alle sind gespannt auf das Duell zwischen den beiden Piloten, zwischen Mercedes und Jaguar, zwischen Deutschland und England. Freitag, 10. Juni 1955, der Abend vor dem Rennen. Das sind Bilder aus den französischen Fernsehnachrichten. Sie zeigen das technische Equipment, das nötig ist, um die gesamten 24 Stunden aufzeichnen bzw. übertragen zu können. Eine der umfangreichsten Live-Reportagen in der noch jungen Geschichte des Fernsehens. Dank der Antennen kommen Bild und Ton in den 260.000 französischen Haushalten an, die bereits einen Fernsehapparat besitzen. Aber nicht nur dort. Anlässlich des Rennens von Le Mans sind auch vier Umsetzer installiert worden. So kann die Reportage in fünf weitere Länder übertragen werden. Nach Belgien, in die Niederlande, nach Deutschland, in die Schweiz und nach Italien. Das sind die Anfänge der Eurovision. Samstag, 11. Juni 1955, erster Renntag. Diese Bilder wurden für die englischen Kinosäle gedreht. Um dem immer stärker werdenden Konkurrenten Fernsehen etwas entgegenzusetzen, sind sie in Farbe- und in Cinemascope-Verfahren aufgezeichnet. Über 200.000 Zuschauer säumen den 13 Kilometer langen Kurs. Am beliebtesten sind die Plätze in der Startzone, in der Nähe der Boxen. Dort sind auch die meisten Werbeschilder aufgestellt, die Zündkerzen, Scheinwerfer oder Scheibenwischer anpreisen. Auch wenn die Werbeflächen astronomische Summen kosten, ist das Geld gut investiert. 1955 boomt die Automobilindustrie. Je näher der Startschuss rückt, desto dichter drängeln sich die Zuschauer. Manche sind schon im Morgengrauen gekommen, um einen Platz ganz vorne zu ergattern. Sind Ihnen die Papierhüte aufgefallen, die viele im Publikum tragen? Spulen wir den Film noch einmal zurück. Auf dem hier ist der Name des Herstellers eines alkoholischen Getränks zu erkennen. Und auf diesen da steht der Name eines Konkurrenten. Auch die hier machen kräftig Reklame, ebenfalls für einen französischen Aperitif. Ganz schön schlau, an solch einem heißen Tag Papierhüte zu verteilen und die hohen Kosten für Werbeflächen zu sparen. Aber die spektakulärste Reklame am Ring macht der Reifengigant Dunlop. Wenn die Autos darunter durchbrausen, bleiben alle Blicke automatisch daran hängen. Der Amateurfilmer hat bereits am frühen Nachmittag vor den Tribünen gegenüber den Boxen Stellung bezogen. Ein optimaler Standort, um das Eintreffen der Rennwagen zu filmen. Sie werden geschoben, damit sich die Motoren nicht vor Beginn des Rennens aufheizen. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, um die Ingenieure und Mechaniker der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Boliden von Jaguar kommen ins Bild. Und hier die von Mercedes mit Neubauer an der Seite. Unser Amateur kommt nicht näher ran. Nur die professionellen Kameraleute dürfen in den Boxen ungehindert drehen. Bei Mercedes laufen die letzten technischen Kontrollen vor dem Start. Der Clou des brandneuen Modells? Es hat Luftbremsen, um die Geschwindigkeit in Kurven leichter drosseln zu können. Das war die Antwort auf den Jaguar, der vor zwei Jahren mit seinen revolutionären Scheibenbremsen ins Rennen ging. Gleich ist es soweit. Um 16 Uhr soll der Startschuss fallen. Alle haben die Piste verlassen, mit Ausnahme einige Hilfskräfte. Die Piloten stehen da und warten. Ihre Fahrzeuge auf der anderen Seite der Piste aufgereiht. Auf ein Signal hin werden sie zu ihren Wagenrennen, die schräg in einer Reihe geparkt sind. Der Start des legendären 24-Stunden-Rennens von Le Mans ist für jeden Kameramann ein Höhepunkt. Bereits 1926 hatten die Organisatoren diesen Startmodus gewählt, um zu verhindern, dass alle gleichzeitig losfahren und es dadurch zu Unfällen kommt. Aber nicht nur deshalb. Das Publikum sollte auch sehen können, wie die Piloten das Verdeck herunterklappten, bevor sie durchstarteten. Für die Konstrukteure war das 24-Stunden-Rennen von Le Mans schon immer die perfekte Plattform, um die Finessen ihrer Boliden zu präsentieren. Zurück zum Rennen von 1955. Verdecke, die heruntergeklappt werden, gibt es schon lange nicht mehr. Aber der Sprint zum Auto ist geblieben und stellt einen der aufregendsten und fotogensten Momente des Rennens dar. Der Sprint zum Auto ist geblieben. Nach zwei Stunden beginnt das erwartete Duell zwischen Fangio und Hawthorne, zwischen Mercedes und Jaguar. Noch nie wurde so schnell gefahren. Nach jeder Runde fallen Rekorde. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist auf über 190 Stundenkilometer gestiegen. Die Höchstgeschwindigkeit nähert sich der 300 kmh-Marke. Der Härtetest des Langstreckenrennens ist zum Geschwindigkeitsrausch geworden. Doch die meisten Rennwagen können da nicht mithalten. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten sind einer der Hauptgründe für das sich anbahnende Drama. In der 34. Runde haben die meisten Fahrzeuge schon einen Boxenstopp zum Tanken hinter sich. Ein begehrtes Motiv für die Kameramänner, die sich entsprechend postiert haben. In der 147. Minute schaltet einer von ihnen, Jean-Jacques Rebeufat, seine Kamera ein. In den unteren Rängen der Tribünen bricht Panik aus. Nirgendwo entlang der Rennstrecke ist die Zuschauerdichte so groß wie hier. Bestürzend viele Menschen werden von diesem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Am Ende sind es über 80 Tote und 140 Verletzte. Auf der Seite der Boxengasse ahnt niemand, was für eine furchtbare Katastrophe hier ihren Lauf nimmt. Alle starren zunächst nur auf den Wagen, der in Flammen aufgeht, der Mercedes von Pierre Levesque. Dieser ist auf der Stelle tot. Sofort werden Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Die Organisatoren sorgen für die Evakuierung der Toten und Verletzten. Die Wagen auf der Strecke fahren etwas langsamer, setzen aber das Rennen fort. Was ist mit Levesque's Mercedes passiert? Und warum hat dieser Unfall so viele Opfer gefordert? Schauen wir uns die ersten Bilder des Unfalls noch einmal in Zeitlupe an. Der Kameramann hat die Wrackteile gefilmt, die in die Menge auf den Tribünenrängen geschleudert wurden. Hier, das sind Räder. Und das hier sind möglicherweise die Luftbremsen. Diese und andere Teile wurden den Zuschauern zum Verhängnis. Nicht nur Jean-Jacques Rebuffin hat den Unfall gefilmt. Ein Kameramann von British Pathé hat fast im gleichen Moment Aufnahmen gemacht. Hier sehen wir die Bilder, die in den britischen...